Ich habe gehört, Kaffee trinkt man in Kuba auf eine ganz besondere Art und Weise. Und zwar ist es der Drink Kaffee Presidenzial. Moin Moin, ich bin Andreas von Tastillery und willkommen bei der Summer Edition von Drinkspiration. Es ist Sommer, wir sind hier unter freiem Himmel im Moin 46 über den Dächern Hamburgs und machen jetzt einen richtig leckeren Rumdrink. Und der Star der heutigen Sendung ist der eminente Rum. Ein wirklich fantastischer Rum aus Kuba, in der Sonne Kubas gereift. Man kann ihn richtig gut pur trinken, aber natürlich auch in Drinks verwandeln. Wie bei einem richtig guten Kaffee wollen wir eine Crema auf dem Drink obendrauf haben. Deswegen shaken wir den Drink. So, zuerst brauchen wir dafür natürlich den guten Rum. Hiervon brauchen wir 40 Milliliter. Damit der Drink eine richtig schöne Fruchtigkeit und Süße bekommt, nehmen wir einen roten Wermut. Davon nicht zu viel, 20 Milliliter nur. Idealerweise nehmt ihr für diesen Schritt Cold Brew Coffee. Falls ihr das nicht zu Hause habt oder nicht findet, nicht schlimm. Nehmt euch einen Kaffee und stellt den erstmal kalt. Wir haben hier natürlich Cold Brew Coffee. Davon brauchen wir 20 Milliliter. Natürlich jetzt super, super wichtig. Nehmt richtig viel Eis. Also macht euren Cocktail Shaker echt voll mit Eis. Das gute Stück zumachen und jetzt wird geshakt. Jetzt braucht ihr einen Tamler. Idealerweise mit einem schönen großen Stück Eis drin. Den Shaker einmal aufmachen. Oh yeah, wir haben eine richtig schöne Crema im Shaker. Und das Ganze über dem Drink abseihen. Oh yeah, das sieht gut aus. Halleluja. Alright, jetzt brauchen wir nur noch eine Orangenzeste. Schön die ätherischen Öle hier einmal ausquetschen und die Zeste schön reintun. Et voilà, der Kaffee Présidential. Jetzt kommt mein Favorite Part natürlich. Wir probieren den guten Drink. Cheers. Ein tolles Mundgefühl. Also dieser Schaum vom Kaffee gibt einem echt so eine Cremigkeit. Der Rum hat eine unfassbar tolle Tiefe. Leichte Mandelnoten, Kaffee natürlich. Falls ihr den Espresso Martini wirklich mögt, dann habt ihr hiermit eine ganz, ganz tolle Alternative. Mit dem eminente Rum ein fantastischer Drink. Ich bin Andreas von Tastellery. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und viel Freude beim Nachmischen. Cheers.